Diese Zwillinge sind garantiert aufsehenerregend. Wohin soll das bloß führen? Ist Internaz? Nicht irgendein Internaz. Es ist ein ganz besonderer, ein magischer Ort. Ihr Leben wird nicht mehr dasselbe sein. Denn hier herrschen strengste Disziplin und... ...jede Menge Chaos. Anni oder Nanni? Das weiß man nicht so genau. Das ist ein Junge. Was sind ein Mädchen? Ich glaube, ich träume. Das ist doch... Das ist... Manni? Manni. Hä? Eines, das ist klar. Diese Schwestern sorgen für doppelt so viel Aufregung und machen doppelt so viel Spaß. Wir beide. Manni und Manni. Zur selben Zeit. Nächste Woche, 15 Uhr. Für dich im Samstagskino. Pika.